Was wird das? Du bist sicher, dass du mir nicht erst eine Knarre an den Kopf halten willst? Das kann ich schon machen, wenn du das brauchst. Was wollt ihr jetzt dafür? Gib uns das Passwort mir, dann siehst du mich nie wieder. Das wäre zu schade. Es ist deine Lebenszeit. Und deine? Ganz ehrlich, hast du dir das so vorgestellt, den ganzen Tag als Hiwi im Keller rumzuhängen? Du hörst dich gern reden, hm? Ach, und du bist hier genauso gefangen wie ich. Nur, dass ich jederzeit rausspazieren kann. Das glaubst du doch selbst nicht, dass die dich hier einfach so rausspazieren lassen. Ja, das Passwort gibt es schon. Das wird nicht passieren. Marek! Was? Ja klar, du bist Milko, sein Bruder, oder? Wir waren zusammen, als er gestorben ist, weißt du? Wir waren ein Paar. Die sind daran schuld, dass er tot ist und für diese Schweine arbeitest du. Du weißt nicht, woran du da sprichst. Was denkst du, würde Marek dazu sagen, hm? Was denkst du? Halt deine Fresse! Diesmal kriegt nie das Passwort von mir. Wo bist du hin? Ich komm wieder. Du kommst hier nicht raus, Mia. Ich mit und nicht ohne Passwort.